Glück heißt in diesem Kontext, was lässt mein Leben eigentlich gelingen? Was ist so die Antwort auf meine ureigenste Sehnsucht? Wie will ich mein Leben gestalten? Wie erreiche ich, dass ich nicht hinter meinen eigenen Möglichkeiten zurückbleibe? Das kann ich aus mir selbst natürlich erreichen wollen, aber wir fokussieren es im Hinblick auf Gott, auf die religiöse Frage, auf die Frage nach der Transzendenz, die gerade im Jugendalter natürlich eine große Rolle spielen kann.